Er ist täglich und verrückt für die helle, die Abenteuer von Captain Price. Leck mich. Und dann bringe ich so Makarovs Hubschrauber zum Absturz. Und danach hinge ich das Schwein am Dach rauf. Hey, Arschloch. Was? Wir mögen es nicht, dass du mit unseren Weibern quatschst. Äh, wer seid ihr überhaupt? Jetzt hör mir mal zu, du Analphabeten Muschi. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Oder willst du, dass ich dir deinen verdammten Hals breche? Mein Schwanz hier wird nämlich schon ganz feucht. Oder lasse ich dich am Leben? Hey, warte mal eine Sekunde. Hä, bist du nicht der Spinne aus Call of Duty? Ja, du warst doch mit diesem Typen mit dem Schwulen in deinem Soap unterwegs oder wie doch immer die. Was sagst du da über Soap? Gar nichts. Ich meinte nur, dass einer Tunte isst und Eier mag. So wie du, Kollege. Ich esse keine Eier. Na, ich schieb sie rein, ihr Arschgeil. Entschuldigt, Mädels. Wo waren wir gleich nochmal stehen geblieben? Ach ja, Makarov. Na, was ist los? Habt ihr eure Tage oder so? Und jetzt geht es los. Untertitelung des ZDF für funk, 2017